Die Kandidatenliste der Steirischen Volkspartei für die Nationalratswahlen 2013 setzt ein starkes Signal in Richtung Jugend. Am City Beach Graz hat Hermann Schützenhöfer sein junges Team präsentiert, darunter auch Lukas Schnitzer, der bereits ein Fixmandat hat. Die Liste ist eine sehr gute Mischung, wenn man das so sagen darf, aus Frauen und Männern, aus Jüngeren und Älteren und ist ein klares Signal an die Frauen. Wir werden nicht zwei, sondern drei von sieben Mandaten haben, die durch Frauen besetzt sind und wir werden mit dem Lukas Schnitzer den jüngsten Nationalratskandidaten Österreichs stellen. Es bedeutet für uns als Junghelfer bei Steiermark, dass man jungen Menschen die Chance gibt, die Zukunft selbst aktiv mitzuentscheiden und mitzugestalten. Wir sollten den jungen Menschen ein Stück Zukunft bauen und ihnen nicht nur Schulden hinterlassen. Ich möchte, dass junge Menschen im Parlament eine Stimme haben und im Sinne der Generationengerechtigkeit, und da läuft vieles gegen die Jugend, auch diese Stimme einsetzen zu können. Weil ich glaube, die Politik braucht Leute, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das tun junge Menschen. Und die Politik braucht auch Menschen, die ein bisschen über die nächste Legislaturperiode hinausdenken. Und dafür sind auch junge Leute prädestiniert dazu. Natürlich geht es jetzt darum, in erster Linie auch den guten Listenplatz zu rechtfertigen mit einem guten Ergebnis, dass wir uns im Wahlkampf stark einbringen. Und dann letztendlich am Ende des Tages, am 29. September, wieder in Österreich die Nummer eins sind als ÖVP. Das junge Team hat bis zur Nationalratswahl im Herbst noch einiges vor. Mit der Wahl der Kandidaten kann die Steirische Volkspartei jedenfalls zufrieden sein.